Fabian Busch ist ein deutscher Schauspieler und Regisseur. Einem breiten Fernsehpublikum wurde er durch Filme wie Raus aus der Haut, 23, Einfach raus, Liegen lernen und der Untergang bekannt. Leben frühe Jahre Fabian Busch wurde im Bezirk Treptow geboren und wuchs in Ostberlin auf. Seine Eltern waren Varieté-Tänzer, sein Vater später Bühnenbildner. Seit seinem 13. Lebensjahr trat Busch als Kompasse auf. Im Alter von 15 Jahren bewarb er sich bei mehreren Castings und erhielt 1993 eine erste kleine Filmrolle in Wolfgang Kohlhasis Inge, April und Mai, der rund um das Thema Pubertät und das »Erste Mal« handelt. Daraufhin wurde er von einer Agentur unter Vertrag genommen und spielte seine erste Hauptrolle in Matthias Zehnte. Obergs unter der Milchstraße, der auf dem Filmfestival Max Oppös Preis 1995 den Preis des saarländischen Ministerpräsidenten gewann. Karriere in Film und Fernsehen Andreas Dresen besetzte ihn 1997 neben Susanne Bormann als Schüler Markus für seinem Jugendfilm Raus aus der Haut. 1998 war er in Hans Christian Schmitz 1923 nichts ist so wie es scheint als computeraffiner Schüler David neben August Diel in den Hauptrollen besetzt. 1999 war Busch als 21-jähriger Andreas Hallbrandt in Peter Vogels Filmdrama »Einfach raus« als Filmsohn von Renate Krössner und Bernd Stegemann zu sehen. Im Jahr 2000 erhielt er für seine Darstellung des Felix in dem Fernsehfilm »Zehn wahnsinnige Tage« von Christian Wagner eine Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis als bester Schauspieler. In Hendrik Handlögtens Literaturverfilmung »Liegen lernen« war er 2003 erneut an der Seite Bormanns als Oberstufenschüler Helmut in der Hauptrolle zu sehen. 2004 übernahm er in dem historischen Kinofilm »Der Untergang« die fiktive Rolle des SS-Obersturmbandführers Gerd Stehr. 2008 spielte er in dem deutsch-US-amerikanischen Kinofilm »Der Vorleser« in einer Nebenrolle als Gerichtsverteidiger. 2010 gab Busch sein Debüt als Regisseur. Er drehte den Kurzfilm Edgar über einen verwitweten Rentner- und Kaufhausdieb auf der Suche nach Arbeit und Anerkennung. 2013 spielte Busch in dem Märchenfilm »Vom Fischer und seiner Frau« von Christian Teder an der Seite von Katharina Schüttler die männliche Titelrolle des Fischers Hein. 2015 übernahm er in »Er ist wieder da«, einer Satire über Adolf Hitler, neben Oliver Masucki die Rolle des Fabian Sawatzky, den freien Mitarbeiter des fiktiven Senders MyTV. Fabian Busch ist Mitglied der Deutschen Filmakademie. Privates Fabian Busch ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Er lebt gemeinsam mit seiner Familie in Berlin-Friedrichshain.